So, dann wollen wir die Boxen hermachen, ne? So, du bist so Katja, der Grüne und der Gelbgrüne, ne? So, ja, du bist der Grüne Herr, ne? Du bist so Katja, so, komm mal her. Du bist der Gelbgrüne, ne? So, ja, hallo. So, na, den holen wir extra, ne? So, den holen wir extra nochmal, ne? So, und der Grüne, alles gut mit dir, komm mal her. Und ihn noch fangen, ne? So, ha, ha, so einfach, ne? So, du bist jetzt deine Rakete, ne? So, für den Fingst, ne? Ja, hopp, da hab ich ihn aber, ne? So, du bist der Erste, ne? So, in Berlin, in Berlin, in die Katja, durch den Oben rein. Du bist oben rein. So, man muss mal sehen, wo der andere geblieben ist, ne? Ha? Wo ist er geblieben, ne? So, wo hast du dich versteckt? So, komm mal her. So, was hast du? So, du bist so, du, das ist der Geldbrüner, ne? Der Zweite, ne? Die Katja, ja, jetzt gehst du auch nach Berlin, ja? So, du gehst auch nach Berlin, ne? Ja, hallo. Du? Alles ist gut, ne? So, ja? Willst du auch ein Berliner werden, ja? So, ne? Hallo. Was soll das? Komm her. Alles ist gut, ne? So. Alles ist gut, ne? So. Na, bist du an der... Hallo. Was soll das? So. Alter Berliner, ne? So. Ja? Du bist der Zweite, die Berliner, die Katja, ne? So. Hopp. Da hab ich dich. Da hab ich dich, da, ne? So. So, du hab ich dir gesagt, du gehst unten rein, ne? So. Ich guck dir noch mal in die Kamera gucken. Ne? So. Alles gut. So. Der Grüne zuerst. Der Kletternack. Ne? Und der Gelbgrüner. So. Das sind die ersten beiden. Dann machen wir weiter mit. Wichsi aus München. Hatsi aus München. Da muss ich gucken. Hatsi aus München. Was der für einen bekommt. Was der für einen? Was der für einen? Was ist da oben, ne? Den blauen. Den kleinen blauen. Den. Und der vier. Na? Schönen Sie das hier sehen? Komm mal her. So. Machst du das? Komm mal her. Dann muss ich mal gucken, ob jemand in München geht, ne? So. So. Entweder bist du das, ja? Komm mal her. Dann kriegst du hier. Komm mal her. Du bist da. Komm mal her. Du bist da, ne? So. Ja. Du bist da, ne? So. Ja. Alles gut? Klar, ne? Komm her. Du bist da oben weg abmachen, ja? Du bist ein Pazi werden, ne? Ja. So. Du bist da ein Pazi werden. Ja. Blaue Ring ab. Und oben rein, ne? So. Ab mit dir. Ab in die Box. Das auch nochmal rausgucken, ne? So. Alles gut? Fertig zu Bayern, ja? So. Fertig zu München. Ja, ne? So. Und jetzt kommt die Stefanie. Die Stefanie aus Oberoschen. Ne? Die bekommt den Walzen, ne? Die früher Walzen, ne? Du bist der Walzen, ne? Komm mal her. Ne? Wer hat Glück gehabt, ne? Ich möchte jetzt ein Taschenkohle für ihre Hand haben, ne? So. Ja. Alles gut. Du bist ein guter, ne? Du bist ein guter, ne? Ja. Ne? Ein ganz guter Bemisster, ne? So. Ne? Ja. Komm her. Diesen kann ich auch sagen, ne? So. 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 Ich sag mal mal, tschüss in die Kamera, ne? Ja. Ja. Wie die Stefanie, die Stefanie, nach Oberoschen geht's tun, ne? Komm her. Ja. Ich sag auch den einen Ring noch ab. Und dann bist du auch reisefertig, ne? Ja. Ja. Die Nummer vier ist reisefertig. Ja. Ja. Ich sag mal mal in die Kamera gucken. Und du magst, ja? Ja. So. Das war die Nummer vier. Die Nummer fünf. So. Die Nummer fünf. Mit nach Volker. Mit nach Berlin. Zum Volker. Zum Volker. So. So bist du hängen geblieben, ne? Bist du das? Ja. Komm her. Ja. Ja. Das bist du, ne? Da gucken wir nochmal nach der Nummer. Achtze Null Acht. Alles gut, so? Ja. Du bist auch ein ganz lieber, ne? Du bist ein ganz lieber, ne? So. Ja. Ja. Bist du die Achtze Null Acht? Komm her. Komm her. Du bist dann freiwillig in den Karton. So, ne? Komm her. Du bist dann freiwillig in den Karton. Du bist dann freiwillig in den Karton. Du? Ja, ne? Ja. Komm her. Ja, ne? Da muss ich auch den blauen Rennauern machen. Du? Hallo. So. Da sind wir, ne? Ah ja. So. 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 Du gehst zum Volker, ne? Nach Berlin. Alles gut? So, irgendwann ist immer Reisetag, ne? So, hopp! Reisetag. Reisetag, ne? Irgendwann ist immer Reisetag, ne? Tast Nummer 5. Reisetag, ne? So. Das ist die Nummer 5. Reisetag, Nummer 6. Ja, weiß, blau. Reiner und vier Arten aus Causa. Ne? Ich glaube die Reiner und vier Arten, die haben glaube ich das beim Arten noch geschrieben, ne? Das bist du, ne? Komm mal her. Ja. So geht's zum Reiner und vier Arten, ne? Ja. So. Ja. Alles gut? So. Komm mal her. Hallo. Du. So bist das, ne? Ey, du Spiller. Das heißt hier meine Vögel, ne? Der macht meine Vögel wieder verrückt, ne? So. Ja. Wo geht's denn nacht? Außer. Wie weiß ich glaube. Das bist du, ne? Und mal vorsichtig mal nochmal gucken. Aber ich glaube, Kohl, ne? Ja. Komm mal her. Ja. Ich glaube, Kohl, ne? Ich packen wir da ein, ne? Komm her. Ja. Ja, da bist du. Jawoll. Zack, rein mit dir. Auch ein ganz lieber, ne? So, nochmal. Nochmal in die Kamera gucken am Fenster, ja? Alles gut? Stimme 30. Ja, Nummer 6. Nummer 6. Das sind die Berliner, das sind die Berliner, das sind die Berliner, das sind die Berliner. Wie? Du kommst in 1803. 1803, wo bist du? Wo bist du? Kommt her, wo bist du? Bist du der 1803, ja? Komm mal her. So. Hallo. Komm her. Hallo. Stefan, zickst du ein bisschen rum? Komm her. Hallo. Was soll das? So. So gehst du Stefan, ne? Ja, Natalie. Alles gut, ne? Einmal ein bisschen rumzicken, ne? So. Erstmal ein bisschen rumzicken, sagst du, ne? Ja. Ja. Alles gut, ne? Benimm dich, ne? Ja. So. Benimm dich, ja? Machst du das, ne? Alter Bursche. Ja. Benimmst du dich gut, ja? Hier geht's ab und zu, ne? Hier spielst du ab und zu ein bisschen verrückt, ne? So, Alter. Alles gut, ja? Alles gut, ja? Alles ist gut, ne? So, ja? Was erzählst du mir, ne? Was erzählst du mir denn, ne? So. Alles ist gut, ne? So. 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 Hab ich dich? Lauere hin, ja? Das ist der nächste Berliner, ne? Ja? Das ist der nächste Berliner. So. 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 Atmet hier. So. So. Auch nochmal Fenster gucken. Huh? Auch nochmal Fenster gucken. So. Das ist die Nummer 7 und jetzt noch der Letzte. Die Irrngarzt aus den Wangen, Wolke 1807. Bist du das? Komm mal her. Bist du die 1807, komm mal her. Bist du die 1807, ja? Hallo. Hallo. Bist du die 1807? Komm mal her. Mal gucken, ob du die 1807 überhaupt bist, ne? Ja. So, du bist das, ne? Ja. So, komm her. Hallo. Hallo. Was ist los, ne? So. Du? Wen willst du nicht werden? So. Wen willst du nicht werden? So. Wen willst du nicht werden? 1807, ne? Ja. Ja. Ha? Hallo. Spinner. Alte Spinner, ne? Komm her. So. Ne? Was hast du gesagt? Wo gehst du hin? Zu Irrngarzt nach Wangen, ne? Ja. So. Gehst du zu Irrngarzt nach Wangen, ja? Du bist der Letzte, ne? Der Letzte der Moetaner. Der Letzte der Reiseverlée, ne? Und Rambo, ne? Und Rambo, ne? Und so bist du dann nicht flieger. Noch nicht flieger, sagen wir lieber, ne? Wie viel fliegt du ja schon wieder? So. Auf nach Wangen, ne? Ja. So. So Irrngarzt, ne? Hast du mich ein bisschen gequält erst, ne? Ja, wo wirst du mich erst quälen? So. Jetzt kommst du in die Box. Jetzt kommst du in die Box. Hopp. Hab mit dir. Das war der Letzte, ne? So. Dann kann ich noch da eine gute Reise, ne? Eine gute Reise. Guck mal. So. So.